Hallo ihr Lieben, heute Abend gibt es wieder einen Star Stable Stream von 17 bis 19 Uhr. Treffpunkt wird bei der Crew in Moorland sein und ich habe mir gedacht, wir machen auch erstmal die Trainingsrennen in Moorland und dann in Vorpinta. Außerdem, neben dem Training sind noch wieder Championate geplant. Also es lohnt sich auf jeden Fall entweder zuzuschauen oder direkt selber dabei zu sein auf Server 1. Im Chat ist natürlich Fabi wieder für euch da. Ich freue mich schon auf euch. Bis nachher!